Tony Klein und Time After Time, 18 Uhr und eine Minute, hier ist der Raute Musik Mainstream. Advent, Advent, das Radio brennt. Der Raute Musik FM Weihnachtsmarathon. Mit der großen Heiligabendshow eine Stunde haben wir noch zusammen und die verbringen wir richtig, richtig gemütlich zusammen. Ja, so würde es Mutter Hoppenstedt sagen, ich weiß. So, Weihnachten ist natürlich auch Geschenkezeit, zumindest so nebenbei. Eigentlich steht ja was anderes im Mittelpunkt, aber wir möchten euch auch noch etwas schenken. Wir schaffen es jetzt natürlich nicht mehr, per Eilpost euch das heute noch vorbeizubringen. Aber vielleicht könnte in den nächsten Tagen was dabei sein. Und was? Ja, das verraten wir euch jetzt. Es geht ein bisschen ums Fernsehgucken. Man würde ja gern Fernsehgucken wie im Kino. Es geht aber nicht immer. Es gibt allerdings etwas, was das Ganze jetzt drastisch erleichtern dürfte, nämlich Ambilight. Das ist ein Neologismus aus Ambi für Ambience und Light für Licht. Also ein Licht, das, äh, also, ja, Ambiente schaffen soll. Knapp erklärt ist es ein farbiges Licht, das hinter dem, äh, dem Fernseher angebracht wird und in den Farben des aktuellen TV-Bilds dann leuchtet. So wirkt das Bild wesentlich größer als normal und ist doch angenehmer anzuschauen, weil die Wand und das Zimmer einfach mitleuchten und, äh, es eben nicht ganz so dunkel um einen herum ist. Und entwickelt wurde das Ganze von Philips. Ja, jetzt stellt sich nur eine Frage, kann man Fernseher das oder nicht? Ist eigentlich egal, denn welcher Fernseher das nicht von Haus aus kann, bei dem kann man das nachrüsten. Und, äh, unser Christmas Frankie, der hat seinen TV zu Hause gepimpt. Der hat quasi Pimp My TV gespielt. Meine Klotze an der Wand, die ist zwar cool, kann das aber nicht. Also habe ich den Online-Shop von insanelight.de besucht. Da bekomme ich nämlich das Backlight zum Nachrüsten. Plug and Play sagt der Hersteller, ich habe mir das mal genau angeschaut und bestellt. Hergestellt wird das Set direkt für dich. Das bedeutet, dass du bei der Bestellung auch die Maße deines TVs angeben musst. Und so kommt dann das Päckchen zu dir. Ein bisschen Elektronik, ein paar Kabel und einen LED-Klebestreifen. Der passt einmal um den TV herum und wird an die Kante von hinten an den TV geklebt. Selbst klebt natürlich. Praktisch und flott erledigt und dann noch zwei, drei Stecker verbunden. Auch die integrierte Elektronik, die ist da flott an den TV anschlossen. Und das klappt natürlich mit jedem HDMI-fähigen TV. Wenn man alles richtig angeschlossen hat, und ja, das habe ich natürlich sofort, dann muss man das Gerät noch hochfahren und es geht los. Und schaut auf Anhieb richtig geil aus. Die Farben, falls die noch nicht zu 100% zum TV-Bild passen, die kann ich mit meinem Smartphone via WLAN mit einer App noch steuern. Und da kann ich dann auch coole Lauflichter und andere Programme laufen lassen. Aber zurück zum Hauptmodus, dem TV-Backlight. Der Hammer, sag ich dir. Das Bild, das wirkt viel größer, die Bewegung und die Genauigkeit des Hintergrundlichts beeindruckend. Und nach ein paar Tagen Insane Light möchte ich nicht mehr darauf verzichten. Ziemlich insane nämlich. Ohne wirkt das TV-Bild nämlich leblos und langweilig und winzig. Also, das Insane Light Plug & Play von insanelight.de, das macht dein TV zu Hause zum Kinoerlebnis pur. Nur das Popcorn, das musst du noch selbst machen. Ja, das kriege ich hin. Und jetzt solltet ihr lieber mal die Lausche aufmachen. Denn ich verrate euch, was ihr tun müsst, um so ein Insane Light zu gewinnen. Erstens, ganz einfach, schreibt uns über unsere Gruß- und Wunschbox, rautemusik.fm.main. Oder über unsere Apps für iOS und Android. Schreibt uns da bitte zuerst die Zollgröße. Also, wie viel Zoll hat euer Fernseher? Dann bitte Vorname, Nachname und die Anschrift. Und eine kleine Quizfrage haben wir auch noch. Wie funktioniert dieses Insane Light? Ein Tipp dazu, schaut vielleicht einfach mal auf der Hersteller-Webseite vorbei. InsaneLight.de Ein bisschen umgucken und dann dürfte das auch nicht zu schwer sein. Also, Gruß- und Wunschbox öffnen, Zollgröße des TVs eintragen, Vorname, Nachname, Anschrift und die Frage, wie funktioniert das Insane Light? Und dann, mit etwas Glück, könnt ihr so ein Insane Light gewinnen. Zeit habt ihr noch bis 19 Uhr. Danach schließt mal die Gruß- und Wunschbox und in den nächsten Tagen bekommt ihr dann per, ja, wie machen wir das? Per Nachricht Bescheid, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Ich drücke euch die Daumen. Und jetzt haben wir einen anderen Weihnachts-Song, etwas anderen Weihnachts-Song, zumindest von den Pokes. Zusammen mit Kirsti McCall, Fairytale of New York, in der großen Heiligabendshow. Mein Name ist Patrick Kerms. Hallo! Wir powern für dich durch. Der Raute Musik FM Weihnachtsmarathon.